Klatschen 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 Liebe Österreicher und Ihnen Entschuldige, aber Das kann ich denn jetzt? Ja, passt Okay Nicht lustig Jetzt Liebe Österreicher und Ihnen Vor uns liegt ein spannendes Jahr Ari, warum hast du die VR-Brüder auf? Naja In die Zukunft zu blicken Ja und was siehst du da? Schau da! Trump und Greta, die versöhnen sich Wirklich? Zeig einmal Hey, und da ist noch was Google scheitert im Übernahmeversuch von Square Enix Tadadadad Woom? Du siehst die Greta, wie er sich mit Trump versöhnt Und ich sag so hey, zeig einmal Dann gibst du mir die Brille Also Und dann sage ich Hey, der Bezei Hammel wird den österreichischen Basketballmeister Und das schau da mal her Und dann schaust du da mal rein und dann sagst du die Google Und dann sage ich, hey Scheiße, das kann das ja gar nicht. Du hast mir gesagt, du gehst die Brille auflassen. Nein, nein, schau es doch. Du hast kein einziges Mal gesagt, dass ich dir die Brille geben soll. Es tut mir leid, ich übernehme die volle Verantwortung für meine Fehler. Hast du das aufgenommen? Neuers Ansprache, die dritte. Liebe Österreicher und Ihnen, vor uns lebt ein spannendes Jahr. Ari, warum hast du diese VR-Felder auf? Naja, um in die Zukunft natürlich zu dritten. Okay, und was siehst du da? Naja, da schau, Greta und Trump versöhnen sich. Echt, zeig einmal. Ja, hier. Wahnsinn. Na ja, wirklich. Hey, und der B.C. Hallmann, der wird österreichischer Meister. Unglaublich, und schau mal da. Aha, ich hab's gewusst. Ja, Google scheitert an der Übernahme von Square Byte. Genial. Ähm, Ari, die Brille war gar nicht angesteckt. Was? Das muss ein Wunder sein. In dem Sinne, ein frohes neues Jahr. Viel Erfolg bei allem, was ihr vorhabt. Und vor allem Gesundheit.